Hallo Koch-Fans, ich begrüße euch zu einer neuen Folge in der Cooking Area. Heute machen wir zusammen nicht nur ein Koch-Video, wir machen einen Let's Test. Ich habe mir bei Amazon solche Silikon-Bagels-Formen bestellt. Ich habe noch nie Bagels gemacht, wollte das einfach mal ausprobieren und ich dachte, ich teste das Ergebnis einfach mal mit euch. Wir öffnen jetzt einmal die Verpackung und zwar sind da sechs Formen drin, also wir können sechs Bagels gleichzeitig herstellen. In der Verpackung ist eine Beschreibung und sind Rezepte, damit wir auch die perfekten Bagels machen können. Ich werde aber nicht das Rezept aus dem Heft, sondern ein anderes nehmen. So, diese Formen, die sind so aus Silikon. Hier oben steckt man den Bagel dann drauf und hier unten sind Löcher drin, weil man kocht die Bagels einmal und damit das Wasser auch durchkommen kann. Ja, und wie das Ganze funktioniert, würde ich sagen, seht ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß. Die Hefe geben wir zusammen mit zwei Prisen Zucker in das lauwarme Wasser und lassen sie fünf Minuten arbeiten. Mehl, der restliche Zucker, Salz und das Hefegemisch werden zu einem geschmeidigen Teig verknetet. Der gut durchgeknetete Teig muss ca. eine Stunde ruhen. Nach der Ruhezeit nehmen wir den Teig aus der Schüssel und kneten ihn noch einmal ordentlich durch. Wir wiegen uns sechs gleich große Teigstücke ab. Die Teigstücke formen wir zu flachen, runden Kreisen. Die Teigkreise drücken wir mittig auf die Silikonform. Habt ihr keine Silikonform, nehmt ihr einfach zwei Finger und formt ein 3-4 cm großes Loch in die Mitte. Nach dem Formen müssen die Bagels noch einmal eine halbe Stunde ruhen. In anderthalb Liter kochendes Wasser geben wir unseren Honig und lassen ihn auflösen. Einzelnen geben wir die Bagels in das Honigwasser und lassen sie für 10-20 Sekunden kochen. Das Ei verkörlen wir und bestreichen damit die gekochten Bagels. Nun könnt ihr sie je nach Geschmack mit Saaten und Körnern bestreuen. Im Backofen müssen die Bagels bei 220 Grad Ober- und Unterhitze ca. 20-25 Minuten backen. Schlussendlich muss ich sagen, die Bagelformen haben mir sehr gut gefallen. Es hat nichts geklebt und man konnte sehr gut sehr gleichmäßige Bagel formen. Ein kleiner Nachteil ist, dass man nach ca. 20 Minuten die fast fertigen Bagel von der Form nehmen sollte und ohne Form weiterbacken sollte. Weil dann werden sie auch unten drunter richtig schön knusprig. Das war das Video für heute. Wenn es euch gefallen hat und ihr weiterhin Produkttests sehen wollt, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben, kommentiert das Video und hier könnt ihr den Channel abonnieren. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch jetzt viel Spaß und kocht weiter!